Der sei nicht von Genoss, der mir zum Bein beim vollen Becher nicht von Fäden erzählt und nicht von leidigen Krieg, sondern vielmehr in geselligen Frusin schmeckt und gerne von den Mösen und Aphrodites holzseligen Gaben mir schwätzt. Nicht nach der Trakerin neigt sich verlangend mein Herz, denn zum Feindlichenker bin ich gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020